Hallo liebe Service- und Vertriebsmitarbeiter, mein Name ist Marina Käfer und ich bin Referentin für das Seminar Professionelles Telefonverhalten. Das Seminar ist die Basis und auch ein Baustein, um die Prüfung zum Service-Manager zu absolvieren. Doch viel wichtiger ist es für die tägliche Arbeit bei dir im Club. Telefonieren, das kann doch jeder, denkt man vielleicht im ersten Moment. Doch genau diesen Unterschied lernen wir im Seminar kennen. Das Telefon, die erste Anlaufstelle und der erste Kontakt zum Interessenten und auch zum Mitglied. Das bedeutet, hier ist Professionalität und ein einheitliches Erscheinungsbild sehr, sehr wichtig. Wir vermitteln in diesem Seminartag ein Grundgerüst für Telefongespräche und geben viele, viele praxisnahe Tipps mit. Das heißt für dich konkret, wie kannst du beispielsweise die Erscheinungsquote bei dir im Club der Interessenten erhöhen. Nach dem Seminartag wirst du begeistert die ersten Telefongespräche annehmen und freust dich auf den ersten Interessentenanruf. Denn du wirst einen kühlen Kopf bewahren. Das verspreche ich dir. Und nicht zu vergessen, unser Praxisteil im Seminar. Da möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber ich weiß jetzt schon, der wird dir ganz, ganz viel Spaß machen. Wir alle freuen uns auf dich im Seminar. Die ersten Redezeit Und ich weiß jetzt schon, dass du dich auf den zweiten Ellommann zerstört, wenn du dich in der ersten Hunde gehst, es gibt die erste Hunde, das ist diese Hunde geimpflicht. Und ich weiß auch schon, dass du dich auf der ersten Hunde geimpflicht zu dir Ich weiß schon, dass du dich in dieser Hunde geimpflicht,